Liebe Zuschauer, auch diese Woche möchte ich mein Wort halten und möchte Ihnen eine Besonderheit vorstellen, die sehr schnell bei uns im Onlineshop ausverkauft war. Ich möchte Ihnen aber anhand dieser Chance oder dieser Münze, die ich Ihnen hier gleich zeigen werde, auch etwas zeigen, wovon Sie noch profitieren können. Denn diese Münze, die ich Ihnen im Nachgang hier zeigen werde, ist noch nicht ausverkauft und hat dasselbe Wertsteigerungspotenzial wie das, was hier in dieser Münze steckt. Sie sehen, das ist schon eine recht edle Holzbox und für diejenigen, die bei uns regelmäßig im Onlineshop zugange sind, die wissen auch, dass die African Safari Serie ein riesiger Verkaufserfolg war. Die erste Serie ist zwischenzeitlich abgeschlossen mit sieben Motiven und die zweite Serie hat dieses Jahr im Jahr 2021 erstmals begonnen. Hierin befindet sich das erste Motiv der 5 Unzen Goldmünze. Also auch für all diejenigen, die jetzt aussteigen möchten, weil sie sagen, ist mir viel zu teuer. Ich kann Ihnen versprechen, alleine die Bilder, die Sie jetzt gleich zu sehen bekommen und die Ansichten dieser Münze sind es wert, dran zu bleiben. Die Münze ist wirklich so hochwertig und edel, dass jedes Mal, wenn ich sowas in meinen Händen halten darf, wirklich meine Augen beginnen zu glänzen und ich mich wie ein kleines Kind an Weihnachten freue. Ich möchte sie aber nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe jetzt hier mal eine Nahaufnahme für Sie dabei, wie edel diese Box auch hier im Detail aussieht und wie hochwertig diese Münzen gemacht sind und worauf wir dann gleich zu sprechen kommen. Das werden Sie sehen. Sie sehen zum einen hier ein wunderbares Echtheitszertifikat, auch mit Gold veredelt. Und Sie sehen hier innen drin ein Motiv, einen Elefanten mit seinen zwei Stoßzähnen. Das Tolle finde ich, dass dieser Plexiglas-Einleger mit einem Motiv von einem Elefanten drunter die Münze nochmal besonders spannend erscheinen lässt. Hier sehen Sie auch die Nummer 33 von 33 der 5 Unzen Goldmünzen, die es weltweit gibt. Das heißt, es gibt tatsächlich von diesem besonderen Stück, das Sie jetzt hier in meinen Händen sehen, nur 33 Münzen weltweit. Das Besondere bei dieser Münze ist, es handelt sich hier um eine 5 Unzen Goldmünze und zwar in einer polierten Platte-Variante. Sie sehen also die Spiegelung, die Bilder sind schon ganz schwer einzufangen. Das 5 Unzen Stück hier wird der erste Teil einer 5-teiligen Münzserie sein, nämlich mit dem Elefanten. Es folgen diesmal weitere Motive, die man zum Teil aus der ersten Serie kennt, wie der Löwe. Es kommen aber auch neue Motive dazu, so wie beispielsweise die Antilope. Da diese Münze aber schon ausverkauft ist, möchte ich sie natürlich nicht auf etwas bringen, was derzeit nicht mehr erhältlich ist. Ich wollte Sie darauf aufmerksam machen, dass diese Münze mit einem Erstausgabepreis von 11.900 Euro innerhalb von zwei Wochen ausverkauft war. Mittlerweile gibt es keine einzige mehr am Markt. Die Preise sind zwischenzeitlich im Zweitmarkt schon auf 13.900 Euro angestiegen. Das heißt, wenn Sie so eine Münze mittlerweile erwerben möchten, müssen Sie richtig in die Tasche lang und das bereits wenige Monate nach der Erstausgabe. Jetzt habe ich aber für diejenigen, die sagen, ich möchte 10.000, 11.000 oder 12.000 Euro investieren, was mitgebracht und zwar eine weitere Serie, die neben der African Safari Serie erschienen ist, die wir ebenfalls exklusiv bei uns im Haus anbieten dürfen mit einer Auflage von nur 33 Stücken und zwar ist es der 5 Unzen Ocean Five Delfin. Die 1 Kilo Münze vom Delfin in Silber, die 1 Unzen Gold Münze vom Delfin in Gold waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Die 5 Unzen Gold Münze haben wir jetzt im Onlineshop eingestellt. Wir haben leider nur noch 10 Stücke von dieser Serie verfügbar. Allerdings ist es das erste Motiv aus der Münzserie mit wahrscheinlich dem schönsten Meerestier, dem Delfin. Ich möchte Ihnen hier mal ein paar Bilder von der 1 Unzen Gold Münze zeigen, die dann in der gleichen Dimensionierung erscheinen wird, wie die 5 Unzen Gold Münze, die Sie aus der African Safari Serie gesehen haben und für all diejenigen, die sagen, bevor das Geld auf dem Bankkonto liegen bleibt und die Negativzinsen meine Ersparnisse auffressen, genau wie die Inflationen, die sagen, ich setze eher langfristig auf steigende Werte, auf Werte, die durch die Natur limitiert sind, aber auch durch die Auflage limitiert sind und das Besondere bei derartigen Sammlerstücken ist und war in der Geschichte zumindest immer, dass sie nicht verboten wurden, als es ein Goldverbot gab. Also auch für all diejenigen Investoren, die sonst regelmäßig in vielleicht 1 Unzen oder größere Gold Münzen investieren als Investment, haben hier eine Chance, dass eine Münze im Laufe der Zeit alleine durch die Limitierung im Wert steigt. Das Besondere ist, sie haben dennoch die 5 Unzen Gold, die zumindest im Materialwert in dieser Münze drinstecken. Jetzt kommt oft das Argument, Herr Kettner, so eine seltene Münze hat ja enorme Aufschläge. Selbstverständlich, wenn so eine Münze handgehoben in nur 33er Auflage gemacht wird mit einem Ausschuss von fast 50 Prozent, bis man am Ende wirklich eine perfekte Münze in einer derartigen Qualität produziert, ist es ja logisch, dass die Münze teurer ist als eine klassische Anlagemünze, aber gerade das macht die Münze doch so interessant. Sie können einer von 33 Menschen weltweit sein, der so eine Münze besitzt. Und natürlich wird so eine Münze auch am Zweitmarkt wieder gehandelt. Wir kaufen diese Münzen zum einen auch zurück, wir bieten aber auch den Kunden an, dass wir derartige Münzen als Ausstellungsstücke bei uns im Onlineshop anbieten, um sie dann für den Kunden wieder zu veräußern. Und die Erfahrung zeigt eigentlich, dass diese Münzen immer sehr schnell über die Theke gehen. Deswegen ist man mit sowas zwar nicht ganz so flexibel wie mit einer kleinen 1 Gramm Goldstückelung oder mit einer Zehntelunzen Goldmünze. Man muss ein bisschen mehr Zeit mitbringen, sowas wieder zu veräußern. Aber man hat die Chance, auch große Wertsteigerungen zu realisieren. Ich hoffe, mit den 5 Unzen Delfinen wird der ein oder andere von Ihnen glücklich. Den Link dazu finden Sie unter dem Video, bzw. wenn Sie hier draufklicken, geht es direkt in den Onlineshop. Wenn Sie sich für weitere Gold- und Silbermünzen interessieren, schauen Sie gerne mal in diesem Video vorbei. Ansonsten lassen Sie uns gerne einen Daumen hoch da. Schreiben Sie mal hier unten in die Kommentare, wie Sie derartige wunderschöne Goldmünzen empfinden. Und für diejenigen, die eine Beratung von uns wünschen, rufen Sie uns gerne an unter der eingeblendeten Hotline. Bis bald und auf Wiedersehen.